Ein herzliches Willkommen aus dem Hotel Klosterpforte in Hasewinkel. Ich darf Sandra Starke und Alexandra Popp zum ersten Zimmer-Duell begrüßen. Hallo ihr beiden. Dann legen wir direkt los mit Frage Nummer eins. Wer von euch beiden ist denn die schlechtere Verliererin? Da ist direkt der erste Punkt. Sehr gut. Weiter geht's. Wer von euch gibt mehr Geld aus? Da seid ihr euch auch direkt einig. Wer kann denn besser einparken? Auch korrekt? Ja! Wieso? Wie ist das so? Ich kann es nicht. Sandra fährt schon ein gut Auto. Fahrt ihr auch manchmal zusammen? Ja, wir wohnen quasi gegenüber auch. Deswegen fahren wir oft zusammen. Ja, perfekt. Wer ist denn die größere Schlafmütze? Boah. Vierter Punkt. Super. Ganz stark. Wer von euch beiden ist wehleidiger? Oh. 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 Das sind wir beide eigentlich nicht. Ja. Hast du schon? Ja, ich hab schon. Keinen Punkt. Das war nicht schwer. Das war schwer. Wir kamen noch nie in diese Situation. Wer von euch beiden ist schneller? Schneller? Auf dem Platz? Schneller? Keinen Punkt? Ah! Was? Ja, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht. Ja, was ist gut. Wir sind von uns selbst überzeugt. Ja, super. Wer von euch würde denn eher in einem Reality-TV-Format mitmachen? Boah. Gar keiner, ey. Nee. Aber wenn, dann ja. Wenn du das so sagst. Nee. Was? Hast du jetzt schon? Ja. Punkt. Ja. Das stimmt aber nicht. Ja, aber du kennst es, glaube ich, ganz gut. Wo würdest du sie sehen? In welchem Format? Dschungelcamp. Was sagst du dazu, Papier? Boah, auf gar keinen Fall. Das wäre was, wo ich auf gar keinen Fall mitmachen würde. Aber du magst Papiere? Ja, aber nee. Das ist so ein Format, das finde ich ganz schlimm. Okay, dann geht es weiter. Wer von euch hat denn mehr Ballgefühl? Oder noch mehr Ballgefühl als die andere? Das ist nett. Ihr sagt beide die andere, aber es gibt keinen Punkt. Scheiße. Wer ist torgefährlicher? Ja. Das ist wieder ein klarer Punkt. Das war. Wer ist die größere Labertasche von euch beiden? Das habe ich halt schnell geantwortet. Was? Was? Schnell. Punkt. Na klar. Wer von euch kann denn besser singen? Wenn ich die Musik aus dem Bad da rauskomme. Kommt drauf an, was für Songs? Ich habe schon. Ach so. Ja, ich weiß nicht. Punkt. Schlage jetzt, dann bist du ganz groß drin. Ja. Hast du einen Lieblingssong, den du am liebsten singst? Nö. Schlage allgemein. Geh mal Bier. Der ist gut, ja. Wer von euch meckert mehr? Schnell geantwortet. Schnell den Punkt geholt. Sehr gut. Wer hat die besseren Skills auf der Tanzfläche? Oh. 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 Das ist, äh... Wir tanzen mal zusammen. Ja. Boah. Keine Ahnung. Punkt. Super. Stark, Sandra. Dann sind wir schon bei der letzten Frage. Wer ist denn Social-Media-Süchtiger? Glaube ich. Punkt. Super. Stark, Cassandra. Das ist wirklich stark. Wir kennen uns gut. Ihr kennt euch gut? Ja. Dann sage ich vielen Dank. Gerne. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Und bis zum nächsten Mal.